Na gut. Ja, jetzt ist na gut, wa? Jetzt ist na gut, ja? Wieso bist du Slender, oder was? Ja. Na ja, okay, dann machen wir das noch. Du warst noch nicht Slender, wa? Doch, einmal. Echt? Ja, musst du wissen. Ne, machen wir nochmal. Okay. Naja, stimmt. Da war ja was. Oh, toll. Das Fiese ist ja, wenn du einen fokussiert hast, dann ist ja ruckzuck vorbei. Ja. Ja. Wenn ich die Taschenlampe aus hab, siehst du mich auch, wa? Mach mal aus. Aus. Ja. Okay. Okay. Ja, fies. Das ist ja so fies. Wieso? Die Slender ja immer. Ja, du hast im Grunde keine Chance zu entkommen. Du, guck mal, hier geht's rein. Also, wenn man drauf steht auf der Klappe, geht die auch auf. Da läuft ein Link mit Mütze und Kamera. Juhu. Na toll. Einen LKW findet man irgendwie immer. Ja. Warte mal, ich schleiche jetzt mal. Siehst du mich dann auch noch? Nein. Oh, 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 oh. Ah. Okay. Okay. Du, guck dich aber nicht immer. Ah, lass das. Was denn? Taschenlampe. Doch, du siehst mich nicht. Nein. Du hast gelogen. Nein. Doch. 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 Höre deine Schritte. Echt? Bin ganz weit weg von dir. Mhm. Als Josef. Ja. Mit Maria zusammen. Versuch's doch gar nicht erst. Ich höre dich. Und ich seh dich. Mhm. Da läuft so. Der kleine Link. Fröhlich durch den Wald. Dumm. Dumm. Das hab ich im Augenblick noch nicht. Nee? Mhm. Aber solange du noch keine Seite gefunden hast, bin ich extrem langsam. Ja, ist doch schön. Findest du? Mhm. Oh, Alter. Lass das. Ich mach doch nichts. Ich hasse dieses Geräusch. Welches denn? Mhm. Ist total ruhig bei mir. Ich höre nur deine Schritte. Mhm. Ja, guck mal. Hier wirst du bestimmt eine Seite finden. Denke ich mir auch. Na, warum gehst du da nicht hin? Mach ich doch. Da hinten waren die Container. Ja, ich weiß. Ich nehme aber gerne einen Umweg. Ich merkte schon. Ja, du. Ja, du? Ich höre dich. Und ich sehe dich. Boah, da kommt wieder dieser blöde LKW, ey. Warst du da nicht schon mal? Mhm. Warum drehst du dich nicht um und wir gehen zusammen? Nice try. Oh nein. Nein, Zaun. Aber mich würde trotzdem mal interessieren, wie es dann möglich ist, dem Typen zu entkommen Unmöglich Außer, dass man ihn Nicht anguckt Lasset Geh weg Was ist denn? Geh weg Ich bin nur weg Geh weg Ganz weg Ich bin schon ganz weg Ich bin wegiger als weg Uh, sauer Alter Langsam machst du mich aber nervös Warum leuchtest du jetzt eigentlich gelb? Weil du mich bis zur Hälfte runter gedamaged hast Ups, Entschuldigung Ach, dann änderst du auch deine Farben, ja? Ja, richtig Und wenn Rot kommt, hast du mich dann bald down Und erzähle ich dir das Ach, verdammt Was denn? Ups Also du brauchst mich gar nicht angucken, wa? Nee So So, jetzt mal am Ende, wa? Genau Wie gesagt, es waren angespielt Wenn ihr sowas nochmal in der Art sehen wollt Vielleicht auch ungruselig Einfach in die Kommentare schreiben War ja schon fast ungruselig, wa? Hm Okay, ich sag dann an dieser Stelle bye bye Und bis zum nächsten Mal Tschüss